Hallo, heute möchte ich euch zeigen, wie man diese Brüche auf dieser Zahlengeraden eintragen kann. Und wenn wir uns die Zahlengerade ansehen, dann sehen wir, dass wir hier so große Unterteilungen haben, aber da stehen ja gar keine Zahlen dran. Und deswegen müssen wir erstmal schauen, welche Zahlen kommen hier dran, startet das hier bei 0 und geht dann weiter, oder wie ist das aufgeteilt, damit alle Brüche tatsächlich da auch drauf passen. Deswegen schauen wir uns unsere Brüche mal an. 4 Fünftel, Minus 2 Fünftel, 0 Hundertstel. Okay, wir haben hier positive und negative Brüche. Bedeutet für uns schon mal, dass es in den positiven Bereich und den negativen Bereich gehen muss. Da das hier so aufgebaut ist, würden wir dann die 0 einfach in die Mitte setzen und dann bis zur 1 hier gehen, weil wir wissen, dass dieser Bruch hier zwischen 0 und 1 liegen muss. Warum? Weil er positiv ist erstmal und weil der Zähler kleiner ist als der Nenner. Dann weiß man automatisch, so ein Bruch liegt dann zwischen 0 und 1. Und der hier wird zwischen 0 und Minus 1 liegen. Warum? Weil er negativ ist erstmal und wieder dasselbe, der Zähler ist kleiner als der Nenner. Okay, dann trauen wir uns mal ran, schnappen uns die 4 Fünftel und tragen diesen Bruch ein. Wohin? Wir wissen, er liegt hier dazwischen, zwischen 0 und 1, weil er eben positiv ist, wie eben schon erwähnt und eben ein echter Bruch ist. Jetzt gucken wir mal, in wie viele Teile unser Zahlenstrahl eingeteilt ist. Wir hätten hier 1, 2, 3, 4, 5. 5 Teile, um von der 0 zu 1 zu kommen. Das ist sehr gut, denn hier haben wir bei unserem Bruch auch Fünftel. Und dann sind wir super schnell fertig, denn wir müssen jetzt einfach 4 von diesen 5 Schritten laufen. Wir starten bei der 0 und laufen 1, 2, 3, 4 und dann wissen wir, dass hier die 4 Fünftel sitzt. Ist natürlich sehr angenehm, wenn der Nenner schon eben genauso groß ist, wie diese Schritte, die man hier eben gehen kann. Und damit hätten wir unseren ersten Bruch schon eingetragen und wir kämen zur Minus 2 Fünftel. Was ist da jetzt anders? Naja, der Nenner ist ja eigentlich gut, der ist auf 5. Wir haben hier 5 Schritte immer zu gehen, zwischen zwei großen Markierungen. Aber diesmal geht es ins Negative, Minus 2 Fünftel eben. Also starten wir bei der 0 und laufen 2 ins Negative und dann wissen wir, dass da die Minus 2 Fünftel sitzen muss. Okay, was passiert bei 0 Hundertstel? Ja, den haben wir eben schon gesehen. Der irritiert einen am Anfang. Vor allem wegen diesen Hundertsteln. Da denkt man, oh Gott, brauche ich jetzt 100 Markierungen? Nee, der soll nur schlimm aussehen. 0 durch 100 ist immer 0. Also 0 Hundertstel sieht nur ganz schlimm aus, aber es ist gar nichts Schlimmes, denn das ist einfach die 0. Also unser 0 Hundertstel sitzt tatsächlich direkt hier bei der 0. Wenn man 0 von 100 Schritten läuft, ist man eben gar nicht gelaufen. Also ist gar nichts Dramatisches. Und wir sind schnell durch. Wie sieht es hier aus? Unser Nenner ist diesmal bei Zehnteln. Schlecht. Wir bräuchten nämlich Fünftel, wie wir eben gesehen haben. Dann schauen wir mal, ob wir den hier vielleicht kleiner kriegen, indem wir diesen Bruch kürzen. Also bevor ihr diese Brüche eintragt, schaut immer erst, ob ihr die kürzen könnt, um die kleiner zu bekommen. Oder falls sie zu klein sind, dass ihr sie erweitert. Also mit kürzen und erweitern kann man diese Brüche ja eben umformen. Wir würden hier jetzt gerne auf Fünftel kommen. Ist das möglich? Ja, wenn wir 10 durch 2 rechnen, kommen wir bei der 5 an. Und dasselbe müssen wir dann ja auch oben machen. Also die 6 durch die 2 teilen, das wären dann 3. Das Minus wird einfach beibehalten. Das ändert sich nicht beim Kürzen. Wenn der Bruch negativ war, ist er danach immer noch negativ. Aber er sieht jetzt besser aus. Denn jetzt sind wir bei Fünfteln und die können wir hier ordentlich abtragen. Minus 3 Fünftel bedeutet, wir starten bei der 0 und laufen 3 ins Negative. Also 1, 2, 3. Dann sind wir bei den Minus 3 Fünfteln angekommen. Dann hätten wir noch einen. Was ist bei dem jetzt anders? Zum ersten Mal ist die Zahl oben im Zähler größer als die Zahl unten. Das hier ist ein unechter Bruch. Wir werden jetzt nicht mehr zwischen 0 und 1 liegen, sondern eben über der 1, trüber, weil die Zahl oben eben größer ist als die unten. Hinzu kommt aber auch, dass uns die Zwanzigstel natürlich stören. Wir können jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir wandeln den hier jetzt direkt in die gemischte Schreibweise um. Kann man machen. Wie oft passt die 20 in die 24 rein? Nur ein einziges Mal. Und wie viel Zwanzigstel bleiben dann aber übrig? Wir sind ja nur bis zur 20 gelaufen. Einmal 20 ist ja 20. Dann bleiben vier von diesen Schritten übrig, die wir noch nicht gelaufen sind sozusagen. Also wir können das in die gemische Schreibweise so umwandeln. Dann wissen wir, wir sind über der 1. Also ein Ganzes haben wir und dann kommt noch ein bisschen was dazu. Also wir werden hier in der Region irgendwo sein. Den wollen wir jetzt aber so noch nicht einzeichnen, weil da stehen ja noch Zwanzigstel unten. Den würden wir doch gerne kürzen. Können wir auch machen. Und den können wir auch auf Fünftel kürzen, so wie wir es hier halt eben brauchen. Indem wir hier unten durch was teilen? 20 durch 4 wären 5. Und dasselbe müssen wir auch oben machen, also auch durch 4 teilen. 4 durch 4 wäre 1. Also wir hätten ein Ganzes und ein Fünftel noch dazu. Das bedeutet, um das einzuzeichnen, starten wir einfach bei der 1 und laufen noch ein Fünftel. Also einen Schritt von dem Ganzen. Dann sind wir hier bei ein Einfünftel. Ihr könnt hier die Umformung so machen, jetzt wie ich es hier gemacht habe. Also direkt am Anfang, dass ihr sagt, ich forme das direkt in die gemischte Schreibweise um. Oder ihr sagt am Anfang, boah ne, auf Zwanzigstel will ich ja sowieso nicht bleiben. Ich kürze den zuerst. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also wenn ihr die 24 Zwanzigstel kürzen wollt, könnt ihr das machen. Auf was kämen wir? Da können wir nämlich auch auf 5 runterkürzen. Also 20 durch 4 sind 5 und 24 durch 4 sind 6. Dann wären wir direkt bei 6 Fünftel. Dann sind die Zahlen kleiner. Und dann könnt ihr es auch in die gemischte Schreibweise umwandeln. Wie oft passt die 5 in die 6? Einmal. Und wie viel Fünftel bleiben übrig? Naja, wir waren ja nur bei der 5. Bis zur 6 ist es noch 1, was übrig bleibt. Und dann habt ihr genau dasselbe Ergebnis. Also schaut einfach, was euch lieber ist. Ob ihr zuerst in die gemische Schreibweise umwandelt oder direkt kürzt am Anfang. Aber vergisst nicht, kürzen oder erweitern erleichtert euch diese Aufgabe enorm. Also schaut euch eure Brüche am Anfang an. Guckt, ob da was zu kürzen ist oder was zu erweitern ist, damit diese Zahlen nicht so riesengroß werden. Und damit ihr eben auf die Fünftel hier in unserem Fall jetzt kommt. Dann hoffe ich, dass es euch geholfen hat und dass wir uns bei einem nächsten Video sehen. Macht's gut, bis dahin.